Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Wetterpart, let's play Kingdom Hearts 3. Ich bin Samus, die Mafix und wow Leute, das ist ja awesome, man. Sag jetzt, so sollte es in der Starscream Odyssey auch funktionieren. Ja Leute, was ist hier los? Wir sind wieder auf unserer Libertar und sind hier dabei, Jack, äh, Captain Jack Sparrow hier zu verfolgen. Wir haben beim letzten Mal hier einige Herzlose und niemanden da abgewehrt und müssen uns schauen, wie es mir mit Jack ausgeht. Wir wissen ja, dass er hier mit den Piratenfürsten gegen Davy Jones und seine Truppe kämpfen muss und ja, wir schauen einfach mal, ob wir ihm dabei helfen können, in dieses vernichtende Abenteuer reinzugehen. Es wird kein leichter Kampf, aber wir sind ein Piratmann und nichts kann einen wahren Piraten aufhalten. Huh? Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight. Wir haben alle sehr Angst, um dich zu haben. Das ist nicht... Sura? Wo ist Jack? Und Tia Dalma? Ich glaube, du hast ein paar Dinge verloren, während du weg bist. Jack! Er wurde... Er wurde von Cutler Beckett. Ja. Und Beckett hat Davy-Jones und die Flying-Dutchmen. Oh... Barbosa dachte, wir können sie schiefen, wenn wir Kalypso verlassen, die Gottes der Meer, der wirklich ist Tia Dalma. Bound in human form. Aber es funktioniert nicht. Ich bin ein Fickle Gottes, Kalypso B. So, was jetzt? Nichts. Und du wißt du was? Ich denke... ... dass sie einfach nur können uns wiederholen. Du kannst nicht jetzt aufhören. Wir können alle fighten, zusammen. Ich habe das gesagt. Nimm meine Sprachen. Huh? Du hast es? Manchmal geht es nur in eine Ecke und direkt in die andere. Warte, wirklich? Ja! Ich bin nicht mehr. Es ist nicht vorbei. Die Brüder werden wir hier noch schauen, um uns, um die Black Pearl zu führen, und sie werden sehen, die Freude und Freiheit sehen! Unsere Feinde sehen die Flashe von unseren Kanonen und hören die Ring von unseren Wäldern, und sie werden sehen die Courage von unseren Hörern, als wir geliehen, und sie verlieren. Gentlemen! Hoist the Colors! Hoist the Colors! Hoist the Colors! Hoist the Colors! Musik the Noh Sam Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aye! Full canvas! Fire! 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 It's just… It's just… Good business. Sie müssen einen Kapitän sein. Nur wo sie und Kapitän Turner leben müssen, in verschiedenen Worlds leben. Ein Tag auf dem Meer, zehn Jahre auf dem Meer. Das ist ein grosses Preis. Will! Dein Schraub erwartet, Dein König. Frau Turner. Ich bin der Boss. Sein Geist. Jack. Danke. Danke. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for Hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. Hmm. There's always enough time. And I'm going to find them. The Krebik. Damit haben wir den Fluch der Karibik überlebt und hier ... ... ja die Welt abgeschlossen. Ich muss sagen, es war zwar wieder cool in die Welt von Fluch der Karibik zu gehen, ... aber es war ein bisschen enttäuschend. Es war halt wirklich das, was ich eben ... ... nicht so der größte Fan mit einfach so die Geschichte erzählt. Und Fluch der Karibik 3 hat halt viel ... ... mein Gott, es fehlte der komplette zweite Teil und ja ... ... das ist ein bisschen schade. War trotzdem ein schönes Finale hier und ... ... hat mir doch gut gefallen. So dann, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Ich war Sein und es war Fix. Haut rein und wir sehen. Ciao.